exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren 1 str 2924 entscheidung vom 23 27 24 rechtsprechung zur aktenzeichen 1 str 29 am 23 juli 2024 entschied das oberste gericht über einen fall der die rechtlichen standards im umgang mit beweismitteln und der verwertbarkeit von zeugen befragungen beleuchtet die entscheidung die unter dem aktenzeichen 1 str 2924 verhandelt wurde wirft neue fragen über die handhabung von zeugenvernehmungen und deren rechtlichen konsequenzen auf im kern stand ein strafverfahren in dem die glaubwürdigkeit von zeugenaussagen stark angezweifelt wurde das gericht stellte fest dass die vorgelegten beweise und die aussagen der zeugen in einem signifikanten zusammenhang zueinander standen der zulassungsprozess für diese beweismittel wurde als entscheidend erachtet um eine faire urteilsprechung zu gewährleisten die richter betonten dass die qualität der beweise maßgeblich den ausgang des verfahrens beeinflussen kann da sie die grundlage für die beurteilung des schuldhaften verhaltens eines angeklagten bildet ein zentrales element der entscheidung des gerichts war die betrachtung der umstände unter denen die zeugen befragungen stattgefunden hatten der senat wies darauf hin dass die verwertbarkeit von beweisen nicht nur von der art der aussagen abhängt sondern auch stark von der art und weise wie diese erhoben wurden hierbei stellte das gericht fest dass erzwungene oder unter druck erhaltene aussagen nicht als belastbar gelten können diese punktuelle differenzierung zwischen freiwilligen und erzwungenen aussagen soll die rechte der angeklagten waren und eine verzerrung der wahrheit vermeiden die entscheidung beleuchtet auch die verantwortung der staatsanwaltschaft die sicherstellen muss dass alle beweise ordnungsgemäß erhoben werden es wird darauf hingewiesen dass fahrlässigkeiten oder versäumnisse bei der erhebung von beweisen erhebliche auswirkungen auf den verlauf des verfahrens haben können die richter mahnten in diesem zusammenhang zu größter sorgfalt um eine verzerrung des rechtlichen verfahrens zu vermeiden hierdurch wird unterstrichen dass die rolle der behörden und ermittlungsorgane nicht nur mit der überführung von angeklagten sondern auch mit der wahrung von gerechtigkeit verbunden ist zusammenfassend lässt sich festhalten dass die entscheidung des gerichts tiefgreifende implikationen für die praxis der strafverfolgung hat hier ist die übersetzung des textes auf deutsch sie bestätigt einerseits die grundsätzliche unveräußerlichkeit der rechte der angeklagten und unterstreicht andererseits die bedeutung der ordnungsgemäßen und unmissverständlichen durchführung von verhandlungen es bleibt zu beobachten wie diese wegweisende entscheidung in zukünftigen verfahren angewendet wird und ob sie möglicherweise eine reform der praktiken in der zeugenbefragung nach sich ziehen könnte die veröffentlichte entscheidung verdeutlicht die essentielle rolle von rechtlichen standards und deren strikte anwendung im rechtssystem um sowohl die rechte von beschuldigten als auch die integrität des rechtlichen verfahrens zu wahren damit stellt das gericht klar dass gerechtigkeit nicht nur im urteil sondern auch im verfahren selbst ihren platz finden muss autor anita farke sonntag 11 august 2024 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen